Irgendwo so ein scheiß Panzer. Die fliehen, die Pfeilfinger. Oh, hier ist noch einer. Close. Ups, sorry. Erledigt. Passiver Feinkotter. Ich kann den ganzen Tag. Lade Waffe nach. Kein Sichtkontakt von hier. Ich kann den ganzen Tag. Ich kann den ganzen Tag. Ich kann den ganzen Tag. Und hier sind wieder Verbindete von uns oder was? Ja, ja, das ist irgendwie komisch. Sandwich Action. Mh. Roosevelt Island. Steht auf den Schildern. Mh, hab ich extra schon rausgelegt. Jetzt sind wir bei Intim, Junge. Oh. Da ist auch ein Petrot dabei. Sind sie schon? Ja, ja. Hey! Seht mal wieder in! Verstanden! Feuer! Komplett durch Fläche! Er ist fertig! Stimmt, das war das, was hier fast nur im Freien spielt, ne? Ja. Ah! So. Ja. Das war's für heute. Das war noch ein ganz dicker. Das war's für heute. 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 Oh. Oh. Das war's für heute. 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 Oh Hund. Das war's für heute. Und so. Das war's für heute. Oh. Oh. oder stürmt alter wer schießt denn hier die ganze zeit diese uhren söhne da hinten hier 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 Verstanden, ich komme. Das muss wehtun. Drohne, nimm der Luft. Entschuldigung. Entschuldigung. Spezialmonie? Hm. Ich dachte, das muss man zerstören, aber das muss man aufmachen. Thermit platzieren. Was können die Ameisen dafür? Hm. Nimm mich Thermit Nator. Ich bin hier der Thermit Nator. Ah, da hinten ist noch einer. Behälter mit Virus-Kontaminierung zerstört. Schön gemacht. Schön gemacht. Läuft. Oh, hier, guck mal, wie entspannt der hinten im LKW sitzt. Guck doch in den Sternenhimmel. Oh, herrlich, der hat's gut. Schönen Arm raus. Mutti, ich komme heute später. Der weiß, wie's geht. Knöpfe drücken, macht dir keiner was vor. Ja, also wirklich. Das und Rollstuhl fahren. Gewusst wie? Ja. Zum Glück drückt man auch keine Knöpfe mit den Füßen. Das wär dann, wär's wieder scheiße. Haha. Oh, wir kommen rechts durchs Tor. Na nü. Das war doch noch längst ein Geheimnis, glaub ich nicht. Ne, es bloppt doch noch. Da kommen sie doch. Da haben wir was. Eventuell nicht, nicht ganz ausprogrammiert. Oh, da haben sie. Das ist jetzt bloß. Oh. Ja. Ja. Oh. Oh. Ja. 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 Es ist cool, dass der Tank trotzdem noch kaputt ist. Vom letzten Mal. Hier ist doch wieder ein Campingplatz von denen. Das ist doch nicht einfach so hier. Ja. Ich gehe mal hier links nach oben. Ich gehe mal rechts rum, da können wir beide mal gucken, ob irgendwie noch Spezialmonie da ist oder so. Nichts. Oh, Hochschrauber. Wichtig ist auch, dass der hinten auslandet. Ja, von mir aus. Vorsicht, halb rechts. Sagst du? Ja. Ach, Hund. Wollah. Wollah. Schön für das Black-Test-Team. Jetzt ist hier was Gelbes aufgeploppt. Das ist ja wieder hervorragend. Ja, Joachimus. Hier wird doch nochmal irgendwo eine Spezialmonikiste rumliegen oder was? Ah ne, aber Black Tusk. Es lohnt sich immer in die Ecken zu gucken. Hm, wie zu Hause. Naja, wenigstens noch normale Munition, das ist ja auch schon mal was. Gute Steckung gibt's hier nicht. Hm, erst ab hier vorne, ja. Let it roll. Links kommt Nieler noch. Ich bin sicher. Hörf ein Stück. Guck mal. Ausrüstung versagt. Guck mal. 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 Hier ist ne Ausrüstungsküste. Mit violettem Schrott. Nicht jetzt, ja. Nicht jetzt, ja. Nee, nix. Alles tot nach der Wende. Hm. Es ist schon zu lange zu ruhig. Ja. Hier ist nochmal Munition. Inventarfall. Und hier laufen Wunder. Und hier laufen Wunder. Oh oh. War nun keine Neustartzone. Ach. Papalapap. Ja. Gucken ob hier Spezial-Muni ein bisschen so 10 Schuss. Bitte. Bitte, bitte. Mr. Peter. Machen die Belang. Oh, da kommt er schon. Links. Ja. Ja. Luch am ihnen. Ja. Hör mal nicht um ihr Feuer. Fokussiert euer Feuer. Scheiße. Mann am Boden. Von linken, von rechts. Ja. Ja. Links. Ich komme hier nicht weg! Ah, ist uns richtig gut im Gang. Sehr schön. Uh, Hubschrauber kommt. Ich glaube, jetzt kommt der richtig böse Typ. Oh, dann hol ich mal noch hier die Spezialmonie. Landete? Ja! Feuer! Feuer! Sniper Arschloch da oben. Na komm! Feindziele eliminiert. Offenbar haben die Tasks die Proben in Transportbehälter verladen. Halten Sie sie auf. Egal wie... Oh, ich dachte, das war jetzt schon der Endkampf, ey. Hab ich auch gedacht. Na gut. Na gut. Oder sowas permanent in die Fresse geflogen ist. Ja, sowas ist immer herrlich, ne? Das hat überhaupt nicht den Nerv. Das kommt auch immer zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Naja. Hätte ja sein können. Da ist noch ein Seil. Und ein Waffenkoffer. Mit noch lilanen Pumpgun. Yay. Ah, da... Not das Haus durch hier приб. Van Luxemmen. NACH-U-S-S war. Simon Keller. Loste WHO hindust du rückain. Du gehst das Fresse-un-Art- pigs Sanctow. Bischar ist die Fresse-unerst-U-S-S-S-G Gысkar ist die Fresse-un fährt gimmick für unsere Masle. Ein Paper, drei Stück gibts dasる Koß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020